Hallo Leute, servus und grüße euch zu einer kleinen Folge Evolve von uns. Wir sind heute zu fünft. Ich glaube, dass wir das zusammenbringen. Warum sind wir so so? Nein. Was? Na gut, der Maul Martin. Aufkommen vom Bau jetzt schon vorne. Nein. Der Maul, der Maul, der Marco und ich jagen mir einen Kurzi. Und der Kurzi spielt einen Krocken. Und ich spiele momentan in der Solt nicht mein Lieblingsglas. Die Sicht ist natürlich vom Kurzi, wie schon seht's. Ganz leider nicht aufnehmen, weil bei mir ruckelt's. Sonst ... ein Stück. Aber wieder anscheinend ein ganz kurzes Video, weil der Kurzi möchte schnell sterben, weil das gefällt. Und dann greifen wir uns einfach mal an. So. Wo laufen die? Da ist sie hinten. Oh. Hallo. Ganz gut. So. Damit's. Da hinten ist er. So. Dann müssen wir jetzt vielleicht nicht alles angreifen, was so blinkt. Doch, doch. Alles. Ähm. Und was jetzt ist's vor? Noch nicht so? Na komm. Ach nicht. Dann ist jetzt blöd. Ich muss jetzt ja erst raus. Oh. 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 Ich komme. Oh. Ach so. Das ist jetzt noch cool. Ich glaube, ich hab noch gerade gesehen, der ist hier drin. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich hab noch. Kleiner Nazi-Kommunist. Na, 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 na. Mein Freund. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich hab noch nicht mehr. Da ist er, da ist er. Oh, Alter. Sollte so scheiße hast du das Gewehr so viel. Ich hab noch verloren. Kann dir mal wohl sein. Da hinten ist er, oder? Mit Kuh kannst du markieren, Marco. Okay. Oh, fuck you. Na, ich find ihn nicht mehr, ey. Jetzt lass das erste Mal wieder ein wenig zusammenkommen da. Ich glaube, wir doch ein bisschen länger näher runden. Da hinten, da hinten, da hinten. Oh ja, aber das war mir nur. Da hinten, da hinten, da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten. Mhm. Okay, wer ist Trip oder Motting, ey? No. Äh. Das haben wir verloren. Nach Dom war der? Nach Dom war der irgendwo. Müssten wir irgendwie nicht immer so ein bisschen auf so'n gelbem Schein achten. Habts, ne? Nö. Nö. Aber der hat recht so schon. Der hat noch rausgegangen, denke ich nicht mehr. Hm. Und so Spuren, da sind auch... Da gingen alle auch viel. Da gingen sie her. Da will ich bin. Der ist über der eine, ja. Der ist über der eine. Ah, der hat mich nicht gelegt. Leute, das ist... Ich hab' keine Ahnung. Martin... Äh, Mike, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Hä? Ja. Der ist wieder draußen. Der hat gerade draußen Fegel aufgeschickt. Jo. Ja. Links. Außen links, außen links. Macht's Mapper auf der Sekze, ne? Da ist mir das uncertainty. Da ist irgendwie schon der Hint. In der hinten. Ja wir sind der Malick. Komm her! Ja wir sind da vorne. Es läuft einä, er läuft einä, eh. Nein, er läuft wieder aus. Es lächelt, wenn er uns hört, he? Nein, er läuft wieder rein. Jetzt kommt er. Er ist draußen. Na kurz, Sido, sag 3 mal her. Ja, wenn ich Stufe 2 bin gern. Nein! Ich hab nichts gefressen, das ist das Problem. Ich hab absolut nichts da. Philipp, komm mal kurz zu mir. Bist du? Genau, ja. Bist du? Du, gerade sind. Ja, das ist richtig. Fuck youuuu. Da ist er. Ja, du bist einer Ghost. Ja, nein, nein. Ich habe nicht gesagt. Nein, nein, kein Ghost. Martin! Falle, 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 falle! Arena, Arena! Er ist weg, er ist weg! Los! Alle war da. Alle war da. Arinnen. Ah, verdammt! Wo läuft denn hin? Er ist immer noch irgendwo über uns da. Ich weiß das, wenn kein Jetpack nicht ready ist. Wo ist er denn jetzt? Hier raus, da drinnen? Da drinnen ist er drinnen. Der ist eingelaufen. Ja. Ich weiß nicht, wie weit Daisy hinten ist. Sag einmal... Da hinten! Da hinten ist er ja. Ja. Geh her kurz, du Sacker. Martin ist schon gestresst. Vom hinterherlaufen. Geh her! Er ist hinten wieder aus, ich guckte sie, ich bin bald. Natürlich ist er aus, weil er... Weil? ...kurze, ja kleiner. Feuer-Alarm-Drucker ist. Alarm! Alarm! Wunderbar! Da ist er! Habe ich dich getroffen? Habe ich dich getroffen? Biss, aber nicht stark. Da gerade! Habe ich dich getroffen? Äh, nein. Da war ein Blitz-Minion, was du gerade durch bist. Wow, fuck you! Da war was anderes von mir! Boah, du hast mich gerade auf 50% von Benjamin draufgehauen. Alter! Äh, wir dürfen doch irgendwie mal besser zusammenbleiben. Ja. Ja, ich habe meinen Weg abgeschnitten. Ich bin entgegen gelaufen. Ja, das ist aber nicht so cool. Wenn ich wusste, dass du da bist, Mike, dann... Ja, deswegen habe ich dir ja nicht gesagt. Hahaha. Ach so, irgendwas sagst du so ansonst. Links. Linden. Ich hätte doch die Reichweite vom Sensor nicht mehr gesehen. Ach jetzt kommt die Milnerrand. Wie echt steh ich heute mal deine Wahrheit auf, Feig? Ja, m- Das habe ich schon noch. Kein Stress! Wo draußen jetzt? Nein, der ist noch drin. Der ist auch da drin. Der ist da drin. sie wenn sie aber egal aber nur weg das schrecklich dritteilte das war aber dass die dritteilten und auch nur ein bisschen groß lass uns mal einen Schuss Da hinten ist er Der ist schon wieder drin Der bleibt da drin Ich benutze mein Ding einfach für die Zeit damit ich schaue kaum wo die Viecher sind das ist echte Feiglinge das ist echte Feiglinge würde es links oder rausgehen vor einigen blöd ist der Kraken, ist ja so scheisschnell die hören ja irgendwo blitzen wir haben aufgehört, ja ja da draußen ist er nein da war es auch nicht bei mir ist er Wofür sind in den Herzen das war recht, hier auch da lang die Richtung wieder raus nach der Arena wieder weg ah, boia da draußen nicht erwischt Du kommst nicht mehr nicht raus. Das darfst du echt nur hernehmen, wenn du wirklich nah an einem draufstehst. Ja, ich hab ja gerade Fitschen gesehen. Ja, du musst nicht die werden, dann darfst du das hernehmen. Ich weiß, was der Maik ist. Alle hier. Komm doch her. Ja, nein, weil du auch gesurft hast. Ja. Ich kann das Ding nicht fressen, verdammte Scheiße. Das geht jetzt auf die S. Da hinten einfach. Boah, nein. Ja, genau. Das hat mich nicht mehr in der Wüste, aber hat mich trotzdem zurückgekickt. Das ist für Scheiße. Also ein Maik, welcher ist das? Ja, ja, hat mich zurückgekickt. Ja, jetzt wird er durch irgendeine Mine von mir durch. Ich hab gerade Minen gerecht. Das regt mich. Ich kann da halt auch nicht drüber springen. Ich kann da auch nicht drüber fliegen über die Minen, wenn's so gesetzt sind. Ja, was meinst du, warum ich da reise jetzt? Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Janaine Blatterасть. Ja, wieder wodynamic! Boah, ja, du hast dichajeet. Jungs, du hast dich mal in der Pfleger. Leiche darwinkel ich mich hast dich. Du hast dich dann mal in blARR�, zu müssen rauskommen. Es ist merkst du aber Nicht, ja, äh, treffen wir uns ja noch mit beim Relais. Wir dürfen jetzt nur noch das Relais. Wenn's ihr seht, sofort machen. Komm zu mir, komm zu mir. Da bleiben, beim Relais bleiben, bitte. Ja, kommen wir alle zu mir. Na, mal geteilen. So, wir haben doch keine Viecher mehr auf der scheiß Map. Na, da stehst du dich nicht gut. Warum? Weil du so weit weg bist. Und? Einen Überblick. Und? 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 Schöne! Wo ist er denn? 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 Dann morphst du auf 4, oder? Nein, dann hätte ich wenigstens mal ein bisschen Rüst. Die brauchst du nicht. Dann nutzt man die so oder so. Ich will nur wissen, wo ist er denn? Also dann komm! Ja, da hat er gerade noch die Glocke gescheucht. Ja, der ist ja boom. Das ist, ähm, ihr habt's Monster nur nicht spät. Wenn der Monster frisst, kommt man mit Vögel. Die kannst du gar nicht. Das ist nicht, wenn man die abwägen könnte. Wo ist das jetzt? Wo ist er denn? 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 Da hinten irgendwo ist er. Ja. Da irgendwo war er. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe Gegenbau geschossen. Das war unser kleines Loch. Ich habe geschaut, wie du ihn gekommen. Aber ich war zu groß für das Loch. Jetzt kommt er. Da unten. Achtung, weg. Optin? Ja, schützen, schützen, genau. Ja, aber trotzdem. Der muss dichtens überdicken, Optin. Die Wurst. Und. 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 Du musst ruhig auf den Kaufland quitsieren. In den richtetan. Immer der, der beim Blitzen ist, den muss ich schützen. So, Arena, Arena, Arena. Ich bin da Wollen wir nicht Wollen wir uns nicht mehr abkontieren Ich bin da Wenn wir verretzen Was bin hinter dir? Wir sind da Wir sind da Wir sind da Wir sind da Das ist der Gürtel. Ah, fuck. Ah, Mann. Ja, Mann. Ich nehme meinen Mike, sag ich nicht, die Futs und die Groo, ich weiß auch. Der Mike, das ist gar nicht so schlecht. Nein, der bestimmt sich echt gut. Oh, oh. Ah, nein, die Blitzer, da kann man echt nichts machen. Da muss ich dann der Support schützen. Warte mal, wenn wir uns in den Parkett ist. Ich bin schon hin. Jetzt sind wir alle hin, Philipp. Oh, Gott. So, du musst auf drei kommen, sonst hast du keine Chance. Ja. Hm. Blöde aber einfach, dass wir unser Rennen nicht in den Stunden können. Warum nicht? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der Martin irgendwie daum gegangen oder so. Was? Ach so, wegen dem. Wenn du unser Rennen bist, dann ist das wirklich einfacher. Oh, ich war aber lange dauert hier unten. Ja, jetzt nicht ganz kurz, 19 Minuten. Okay. Für das, dass du angekündigt hast, dass der Schnee hier unten wird. Ja, weißt du, wie du die ganze Hülle auf Augen laufen bist. Ja, Alter, das macht man so als Monster. Richtig. Da steckt mich einfach. Heiß, kalt. Hannes, oder? Jetzt habt es mir ganz schön vergeben. Ich habe bald einen Geist freigeschaltet. Hannes, das Lazarusgerät. Geht das nur auf Nahkampf? Ja, ja, freilich, freilich. Das ist nur direkt daneben. Okay. Boah, da sieht man schon Wirbel und Benjamin. Äh, Wirbel und Blitz, glaube ich, habe ich am meisten gemacht. Oh, da sieht man gar kein Map mehr oder was? Hey, hallo. Ich habe gedacht, wir wechseln mal. Ich bin raus. Ich auch. Ich sage, auf alle Fälle, merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der Reng. Der Reng. Der Reng.